ähm genau jetzt würde ich hier eigentlich noch mal so na gut das ist egal weil das age of one log ist hier also egal wie ich es mache gibt ja kein third person oder gibt es für person in diesem spiel interface viewing angel turns left als herr sind das gezeichen sein ja das ist doch genau derzeit wie hier das spiel ist immer in der mitte also kann ich ja es ist ich vergiss es bringt nichts aber wir können hier dieses boiled platz kürz alter das kocht auf hier so dann suchen wir das mal wenn es das gibt plattofu weg ist schicken und es gibt es wieder nicht es ist bisschen blöd so irgendwie plattofu dann würde ich mal ganz kurz dann lassen wir das einfach so weil ich schuldig ist eigentlich gerade mal schnell googeln aber das heißt mal schnell gucken das ist wieder eine minute wo ich nichts sage höchstwahrscheinlich deswegen join the guild ja kochen ja es gibt hier aber keinen koch von group guide in kyan ding der a ja das gibt es nicht ja ja will ich unbedingt unbedingt junge äh, ja gut, dann gibt's hier heute mal wieder Challenge, ähm ein bisschen an diesen wunderschönen Stein da, glaub ich nein, komm, wir Arschloch, Entschuldigung sagt man nicht yeah, Peggy did it geil, Arschkatt, was, das ist jetzt mein warum, Alter, die Dinger müssen wir einsammeln genau ach, so, müssen die Hunde fallen quäl sie nicht ähm oh, 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 ja gut hier, die, wenn die Köpfe da dann bist gut ja, ja, ja weh, 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 der Sack nein, ah, dieser oh, scheiße das gibt's nicht das gibt's doch nicht ja, 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 komm ich muss hier auch erstmal überlegen es gibt's nicht gebe doch nicht ja, ja, wir kommen nicht mehr an diese komischen Dinger dran das gibt's nicht mehr an diese komischen Dinger das gibt's nicht mehr an diese komischen Dinger werden wir hier nicht mehr runterkriegen nein, komm jetzt schwierig, 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 schwierig hm, 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 hm alles über das Hockeymarkt sag mal, guten Tag ja, ich seh nicht was ich hier noch ey, komm das war so klar wieso wieso, wieso, wieso naja, das fehlt nichts, fällt nichts nach das ist schlecht give repeat order ja, 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 ja ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig oh, jetzt wird's hängen jetzt wird's kritisch I don't see anything was, wie, wie denn scheiße bam komm, hier, mach den Fisch ähm, wieso ähm, wem wir schon welches geht es denn das ist ja was können wir denn jetzt mal noch machen was haben wir denn überhaupt gekriegt nichts im krisis drink ja ich sehe hier eigentlich was alter bist du behindert so oder sporten ich warum machen die das sind es geht mir so auf die nüsse das ist echt zu behindert das ebay kriege muss sonnenhals ich hab schon jetzt ein schon vorher doppelt also als in dem sinne weil mein hals irgendwie trägt und deswegen jetzt mal kurz ein schluck was wir trinken ach ja nothing to do also ja schon aber in einem blöden otten hier das ist ja schon ewig hier tippuktu ja schwierig ne das geht mir auf se ketten ne und das geht eigentlich nicht genau was hier irgendwas außer kraft gesetzt nämlich mann ach ja ist es nicht schön und das geht mir auch nicht so gut dann ja ja ich weiß nicht wie lang dauern denn 5 sekunden einsatz jetzt hat er tja mir fehlt nichts ein so auf die schnelle was ich mal sinnvolles tun könnte also vielleicht angeln tja Was sagst du? Ist grad ein bisschen nicht so interessant für euch und auch für mich. Denn... Nothing to do. Tja... Wurde es doch mal hier in einen Trailhull. Das war Daily Events. Sektenspying... Sektenspying... Fiction... ...Experience... ...Experience... ...Unaptaken... ...Great Amount... Medium Experience Pill... Ja, ja. Ähm... Weil wir hier grad so schön stehen. Mal ein... ...Tunkneil... ...für... ...das Video, beziehungsweise die beiden Parts... ...Folgen... ...wie auch immer. Ach man, das nervt es immer so ein bisschen. Wenn man nichts zu tun hatte, bis jetzt hatte ich immer was zu tun. Die letzten paar Folgen, das war eigentlich ganz schön. Dann macht das auch Spaß, aber so... Naja... ...Naja... Mystery Tailor, Martial Arts, Schoolmaster... ...Mmmm... ...Mmmm... Wie ich gesagt, alle die das Let's Play schon... ...Bitte gib mir Vorschläge, das ist ja so ein Hammer. Immer in die Kommentare reinballern, was das Zeug hält. Bitte Vorschläge, was man dann machen könnte, wo man hingehen könnte und so weiter und so fort. Dann wird das Ganze ja wesentlich interessanter. ...Mmmm... ...Mmmm... ...Evil Faction... ...Mmmm... 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 Tja, das ist jetzt ein bisschen doof, dieser... ...die letzten Minuten des Parts. Allgemein, das ist nicht so eine bombastische Aufnahme heute, aber was soll man machen. Es ist halt so, es tut mir leid... ...und... ...leid... ...mit hartem... ...Toppel TTT... ...Ii werft... ...den Porsche zu Boden mit... ...Hazum... ...Naja, ihr wisst Bescheid. Danke fürs Einschalten und äh... ...ich hoffe... ...ja, es hat's... ...ich hoff... ...ich sag's immer wieder trotzdem... ...ich hoffe es hat gefallen, auch wenn das nicht ganz so... ...ultra geil war wie... ...die letzten Parten, das heißt... ...ultra geil... ...ja, ich glaube schon wieder viel zu viel. Ich hoffe es hat euch gefallen, wir sehen uns im nächsten Video und ja... ...bis zum nächsten Mal bei eurem Jojo's Soldier... ...tschausen...